So, liebe Youngtimer und Ultima-Freunde, hier haben wir einen wunderschönen Audi Quattro in silberner Farbe. Tolle Frontscheinwerfer, rechteckig. Luftanlässe auf der Motorhaube. Spezielle Felgen. Audi-Zeichen. Hier die Toys. Links und rechts die Luftauslässe. Unten die Spoilerkanten. Hier haben wir den intelligent platzierten Tankdeckel. Türkliffe, wie sie damals eben waren, mit leichten Chrom. Kleiner Seitenblinger. Doppelsportauspuff. 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 Schöner Spoiler. Hinter der Scheibenwäsche. Doppelsportauspuff. Schöner passou. so wenn es das video gefallen hat abonniert mich, liked mich, mein name ist johannes bondiak teilt mich, folgt mir, oder klickt es einfach an, ich freue mich über den klick also das war jetzt wie gesagt ein Audi Quattro im detail und ja in silberner farbe auch sehr selten und das ganze hat stattgefunden hier in Eibelstadt bei einer oldtimer wein und technikmesse ich weiß nicht ob es das erste messe war auf jeden fall, ich finde es sehr sehr cool hier und ich hoffe das erfolg so groß ist dass es auch nächstes jahr wieder mal stattfinden kann dann werde ich auch wieder hier sein und wie gesagt schaut euch das auto mal an, wirklich wunderschön genau in dieser farbe und diese ausstattung und dieser look habe ich ihn so jetzt noch nicht gesehen und es ist einer der ersten sein also gut dann wie gesagt viel spaß bei den weiteren videos wir noch folgen werden und dann schaute wird es auch noch geben